Quack, 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 quack. Hi, willkommen zurück bei Mini-Ninjas. Es geht einmal mehr weiter mit unserem wunderschönen Abenteuer. So, jetzt. Ja, es geht weiter mit unserem Abenteuer. Das nächste Level ist der verwunschene Wald. Macht euch alle gespannt. Ja. Durchquere den Wald und finde das Dorf des großen Karpfen. Wir müssen Karpfen finden. Yeah. Das ist eine coole Mission. Energie sieht gut aus. Environment ist schön abgedunkelt. So mögen wir das. Oh, guck, da hinten links ist schon der erste Vogel. Das wollte ich nicht. Ja, so, jetzt. Tigerlilie haben wir aufgesammelt. Das ist gut. Ah, guck mal, da marschieren auch schon die nächsten Samurai umher. Aber wir gehen erstmal hier zu dem Vogel. Vielleicht ist das sogar ein kleines Geheimnis. Ich weiß nicht. Er ist irgendwie so ein bisschen versteckt hier hinten. Und mal fragen mit seinem coolen Outfit hier. Oh, hallo, Ninja. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Du gehörst zur unauffälligen Sorte, hm? Deswegen bin ich Ninja. Ich war gerade auf der Suche nach einem Pilz, der in diesen Gefilden wachsen soll. Ich habe den ganzen Tag gesucht und nichts gefunden. Wenn du mir einen Speer von Ashida bringst, finde ich sicher etwas, das ich dir dafür geben kann. Okay. Großer Vogel. Was immer du sagst. Wir versuchen auf jeden Fall, diese Mission zu übernehmen. Für dich. Blaues Blütenblatt. Haben wir auch. Oh, guck mal, da ist ein Bienennest. Kann man da wohl irgendwas machen mit den Bienen? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Oh, das ist mir ruhig. Oh, nicht warm, habe ich auch gesagt. Sehr schön. So, sehr schön. Dann checken wir noch einmal da hinten das, ähm, dieses kleine Lager ab. Und dafür haben wir das perfekte Gestrüppel parat. Und dafür sind wir auch jetzt extrem, die Schmerzen zurückzunehmen. Oh, ja. Und dafür haben wir noch ein bisschen mehr. So, ihr Varf durch die Schmerzen. Und dafür haben wir noch nicht. Und dafür machen wir so, was es zu dürfen. Oh, ja. Und dafür haben wir die Schmerzen, die Diches siellä, die Stin zu machen. Und dafür haben wir das schon wieder gemacht. Und dafür habe ich gesagt, dass wir ihn nicht sagen. Nice! Und du? Schon wieder der Große, der hat immer... Warte, ich mach mal hier, immer auf. Die haben immer Angst, immer! Das bleibt doch stehen, Mensch! Bye, bye! Da ist noch so ne kleine Formation, die können wir auch zerschlagen. Sehr schön! Die haben wir auch platt gemacht. So, da sind noch so ein paar kleine Teechen, die müssen wir auf jeden Fall retten. Ich rette zwar nicht alle Teechen, aber doch, zu viel es geht. Ist das schon mal eine gute Sache. Wir wollen ja auch nicht jegliche Rahmen entspringen. Falls ihr wissen von der Strecke. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, das ist ein Zitat vom Joker. Von Batman. Von Christopher Nolan. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, gebt's euch. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Jede einzelne Millisekunde. Oh! Haben die auf dem Baum angezündet. 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 Einige Artillerie. Rückzug! Rückzug! Oh 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 oh. Oh fuck ey. Wo kommt er denn jetzt her? Geh auf mich. Da! Da ist er. Fieiier! 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 Dung, 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 komm her! Komm, let's win! Alter, da war er gestor. Hei kei! I can't! He can't! I can't! Ich glaube, das nächste Mal mache ich dem Großen zuerst platt. Das nervt doch, wenn der immer wegläuft und er weiß, es ist vorbei. Ich tue ja nicht mal was Schlechtes, ich helfe ihm ja nur. So. Oder? Doch. Münzen, Münzen, Münzen. Münzen sind immer gut. Ihr seid frei! Ihr seid sowas von frei. Okay, so erstmal brauche ich jetzt ein paar Äpfel. A Back of Äpfel! Ich bin da Fruity Gaming! Und ihr A Back of Fruits! So, 1, 2, 3. Ab in den Mund. Und danach sind wir wieder gesund. Und danach sind wir wieder gesund. Dann checken wir doch als nächstes mal ab, warum es hier brennt. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Futo! Ich schick dich in den Kampf. Ich brauch dich nur mehr. Keine Chance! Guck mal! Guck mal! Hier, wir haben noch Dingens. Aha! Schuhen bekommen! Schön! Mal gucken, was der so kann. Der ist bestimmt auch so flink und agil. Und der hat nen Bogen. Ich kann nicht den Bogen wohl verwenden. Ey! Hier ist doch noch mehr am Brennen! Mann! Das mag ich gar nicht leiden! Lass nochmal hier den Sniper kaputt. Au! Boah! 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 Junge! Ich glaub im Sniper! Das ist geil! Aber ich brauch jetzt Futo! Hey! Ich bin wieder aufgeladen! Aufstiegsballon und Keybonus! Du kannst erst mal Key speichern! Jawoll! Jawoll meine ich! Ist das immer charakterbezogen oder für alle? Ich glaub das ist für alle, ne? Habe ich wohl nicht so richtig aufgepasst! Bei der Charakterentwicklung! So! Haha! Den haben wir! Sehr schön! 1, 2 Münzen und Kirschbomben! Machen mich glücklich! Oh! Das ist wieder so ein Big Boy! Aber guck mal hier! Wir haben hier Schuhen! BAM 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 BAM! Na komm her! Komm russer! Komm russer! Fuck fuck fuck! Wir nehmen uns das Hu-Mai! Hei-ja! Oh fuck! Weg damit! Weg damit! Shit! 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 Er singt wieder! Er spielt meine ich! Nein! Nein! Das will ich nicht! So, endlich! Lauf weg Bär! Das kann sie als... Special Taktik! Okay. Oh fuck! Fuck fuck fuck! Ah! Ah! Wollt mit Energie! Scheiße! 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 Ich nehme... Hier hoch! So, jetzt schnell schnell schnell! Okay! Eigentlich mitte ich mich erstmal um den Großen hier... Kümmern! Warte mal! Ich hab doch ein paar... Special Sachen dabei! Was kann ich denn benutzen? Was kann ich denn benutzen? Was kann ich denn benutzen? Mein Hut! Was kann ich denn benutzen? Jawohl! Fuck! Ich wusste es! Ich hasse es zu verlieren! Ich hasse das! Aber das ist nicht schlimm! Hm... Noch mal locker Platz! Mann, ey! Diese Größen... ...Binner! Ah! Die nerven! Die laufen die ganze Zeit nur weg! Die können nix... Nex-Conner! Originale Nex-Conner! Ey! Hau mal auf jetzt hier! So nämlich! Boah! Kennt ihr das, wenn euch so ein Gegner so richtig aggressiv macht? Boah! Ich nicht! Hm! Doch! Ah! Boah! Da geht doch wohl auf keine Kuhhaut! Was... Was bringt diesen Gegnern, dass wenn die so groß sind und die eh immer weglaufen von mir? Also mal ehrlich! Da hoch kommen wir gar nicht zu stressen! Die machen wir so glatt! Schön aus der Entfernung! Jetzt müssen wir uns nur einmal um Deckelchen kümmern! Futo, der schafft das! Futo, der schafft das! Futo, der schafft das! Ich brauche Äpfel! Ich brauche Energie! Okay, jetzt springen wir hier schneller! Wann machen wir Äpfel? So! Das wird reichen! So schnell! Hey! Wie viele Schläge braucht der denn? Auf jetzt! Ah! Fuck! Doch! Den kriege ich noch! Auf jeden Fall! Kann ich hier gar nicht im Baum wackeln? Oh! Was ist los jetzt? Okay! Ja, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, ne? Und hier? Legst du den nicht hier mit dem Fruchtigen an? So! So! Genau so! Irgendwie habe ich diese Bomben noch gar nicht zugewiesen! Wie ist das nochmal? Ja! Ja! So war das genau! Äh! Äh! Müssen wir mal schauen! Vrenenfüße! Pfefferbomben! Rauchbomben! Oh! Ich frage! Was bringt die uns wohl? Sushi! Kirschbomben! Hm! Dann würde ich mal sagen... Nehmen wir die Angel, wa? Ne! Ich würde sagen, die Rauchbombe ist nicht so effektiv im Kampf! Die Pfefferbombe wohl eher! Und die Kirschbombe auch! Wir platzieren die mal gerade! Was brauchen wir denn nicht? Feuer! Erstmal nicht! Später schon! Aber erstmal nicht! Oh komm Großer! Du bist auch frei! Jawoll! Ist hier wohl noch was? Hier oben? Was steckt oder so? Hallo? Hi Bärchen! Willst du mitkommen? Dann nicht! Dieser Schisshase, ne? Kleines Kätzchen... Waschbär? 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 Wo laufen jetzt lang? Rechts oder links? Ne, ich kann nur links! Rechts ist der Weg ein bisschen zerstört! Und hier auch diese ganzen... Stein... äh... leuchten! Das fing nicht gut! Das mag ich nicht! Das geht nicht! Das schauchte! Wir sind ein bisschen schnauher. Das ist ein bisschen schlauher. Und das schlauher. Sein Schifte. Und das ist auch eine Fläger. Was ich dir? Was was ich, war du? was ist da passiert in den wäldern passiert merkwürdiges samurai verwandeln sich komischer weise wieder zu tieren schon so ein bisschen creepy hier vorsicht der friedhof ist verflucht die geister waren gegen meine waffen immun mir blieb deshalb nur die flucht kunoichi klar wir checken das hier mal so ein bisschen ab kunoichi dichter nebel es wird gruselig was ist das lüfte das geheimnis des friedhofs der verlorenen seelen und besiege alle geister das ist ja creepy hier was muss ich machen ich muss irgendwie erst ein geheimnis lüften und dann die geister besiegen hier kann ich hier schreien aktivieren das ist schnell das ist gut bleiben wir in ruhe ich will nichts von dir ich muss mir gleich erstmal so eine taktik überlegen wie ich diese geister immer platt machen kann ist man hier reingekommen nein gut ein neuer zauber sonnenstrahlen taucht selbst die dunkelsten winkel des landes in gleißendes sonnenlicht eine wirkungsvolle waffe gegen über eine gegen übel wollende geister und genau die werden wir jetzt auch benutzen mal schauen wie die funktioniert wir testen es gleich mal hier bei dem ersten geist ich werde doch bei mir wenn geistert NIKKO NO JUTSU 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 lass mich NIKKO NO JUTSU also kann man die nur so besiegen ach die kann man dann auch hier hinlocken ja das ist doch gut zu wissen komm her na komm haha sehr schön das gefällt mir komm oh schon weg okay dann hält das wohl nicht immer ganz zu lange NIKKO NO JUTSU NIKKO NO JUTSU komm 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 ey komm 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 ey NIKKO NO JUTSU der war so ein bisschen begriffsstutzig NIKKO NO JUTSU kein Problem für unseren Hero hier unten waren ja noch so ein paar geister das schließe ich aber langsam auf habe ich jetzt ein wenig zu oft benutzt vielleicht kann ich aber auch so einen Trank benutzen ich weiß es gerade nur nicht ich weiß es gerade nur nicht ich weiß es gerade nur nicht ey du da auch bye bye geist aufgesammelt so sieht es gut aus so sieht es gut aus zu nehmen NIKKO NO JUTSU NIKKO NO JUTSU erst müssen wir noch den da hinten her locken komm her hoffen das ist der letzte doch ich meine das war jetzt der letzte geist wow yeah schaut euch die statistiken an keine einzige statue aber wir haben einen sauber gefunden und wir haben zehn kräuter gefunden und 38 münzen und null figuren und neue tiere war finde ich gut ja alles klar vielen dank fürs zuschauen bis zur nächsten folge stay fruity euer fruity gaming